Bad Segeberg Bad Segeberg. Zwei Standorte kommen für die neue Skateranlage in Frage. Baurechtlich überprüft werden das Gelände des ZOPS und das des Sozialkaufhauses am Landratspark. Seit die Skateranlage auf der Backofenwiese 2010 nach Klagen der Anwohner wegen Lärmbelästigung und einem Gerichtsprozess abgerissen wurde, sucht man nach einer geeigneten Fläche für die Jugendlichen. Viele Standorte wurden seither geprüft, doch Proteste von Anliegern potenzieller Flächen erstickten häufig das Projekt bereits im Keim. Die SPD befürwortet die Anlage an der Stelle, an der in den nächsten Monaten das marode ZOPS-Gebäude abgerissen werden soll. Die CDU sieht diese Fläche nicht als geeigneten Standort, höchstens unter der Voraussetzung, dass innerhalb der Stadtvertretung ein Bau erneut beschlossen wird. Bevor die Bauarbeiten am ZOPS beginnen, soll eine Bauvoranfrage die Situation klären, denn das Gebäude abzureißen und den Grund zu asphaltieren, um ihn später wieder aufzureißen und für den Bau einer Skateranlage neu zu schichten, würde auch unter finanziellen Aspekten wenig Sinn machen. Für den Bau einer neuen Anlage am ZOPS wären rund 100.000 Euro notwendig. Anlage am ZOPS-Gebäude